Hi, wunderschösses Moins, heute Leute, willkommen zurück zu Let's Play, Dead Alliance, E-Beta, auf der Xbox One. Warum wollte ich gerade Playstation 4 sagen? Ich war mir unbedingt auf der Playstation 4 installierend, wenn ich ehrlich bin, aber, naja, aufwärts fürs Spiel, okay, gut. Warte mal, oh mein Gott. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Empfindlichkeit gefällt mir schon mal definitiv besser. Und ich mach Kills, man. Und ich sterbe. Okay, Zombies abwarten auf jeden Fall geil. Na, 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 na. Gibt es eigentlich ein Game Auto-Aim? Das würde mich mal interessieren. Also okay, auf Zombies ist schon mal kein Auto-Aim, das ist gut. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber Auto-Aim auf Zombies wäre der allerletzte Rotz. So, jetzt seid ihr meine Mates, jetzt helfen wir mal. So, ich muss noch einen Gegner finden, auf den ich, dass man testen kann. Da. Ja, gibt kein Auto-Aim. Das gibt gar kein Auto-Aim, das heißt, oh, das ist nice. Gar kein Auto-Aim, oh, das ist mega nice. Scheiße, ist das laut. War das gerade bei euch auch so laut? Oh, gut, ich werde es wahrscheinlich ein bisschen runtergeregelt haben, weil das war... Oh Gott. Die standen direkt hinter einander. Oh mein Gott. Easy. Easy. Was ist das für eine Runde? Alter, der brüllt mir nicht an, wer da... Scheiße, ich bin nicht da auf. Wow. Alter, also die Füllsprühe sind ziemlich laut. Aber meine Frage ist, spiele ich gerade gegen Bots oder was ist das hier? Komm, 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 ich brauche eine Armee, ich brauche eine Armee, ich brauche eine Armee. Jetzt, Angriff. Steht von hinten. Ey, ich hoffe mal, dass ich der Atmen bin. Ich hoffe wirklich, dass ich der Atmen bin. Ich will nicht, dass irgendeiner rausgeht. Vielleicht hat irgendwas abgefangen mit meiner Statistik hier, weil das ist gerade... Also, Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber die Runde ist gerade insane. Ich mache hier Kills ohne Ende. Auf jeden Fall die FPS, ich würde die mal so auf 20 gerade schätzen. Oh mein Gott. Noch ein Kill. Warum schießen da eigentlich gerade die Zombies ab? Oh mein Gott. Okay, Messer ist One-Hit. Jetzt weiß ich, was er die ganze Zeit versucht. Jetzt weiß ich, was er die ganze Zeit versucht hier mit seinem Scharfschutz-Ding. Messer ist also One-Hit. Das ist krank. Aber naja. Bis euch. Aber dass es kein Auto-Alben gibt, ne? Also, das kann man sehen, wie man will, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag das ein bisschen. Ich würde das hier jetzt gerne einnehmen, wenn's geht. Sammelt euch mal bitte da hinten, okay? Danke. Einfach mal da hinten sammeln, okay? Mehr will ich gerade nicht von euch. Ich weiß, ich habe keine Granate, um die zu zähmen, ne? Ja, da muss ich halt schnell ein bisschen draufschießen. Das geht doch mal weg von mir. Alter, die Waffe hat auch einfach mal... Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das Game ist noch beter. Also, da wird, denke ich mal, noch eine Menge getan. Ich hoffe, performantechnisch noch ein bisschen was. Ein Auto-Aim hoffentlich lassen die draußen, weil das ist geil. Auch wenn ich die ganze Zeit daneben schieße manchmal, aber es ist halt trotzdem geiler als Auto-Aim. Habe ich es eingenommen schon? Ja. Oh, ist mir nicht aufgefallen. Ich hätte gerne ein bisschen Amun-Spiel. Wisst ihr, das wäre ganz geil, wenn du mir was geben würdest. Okay, okay. Ein Kill ist am Start. Was ist das? Warum habe ich nochmal ein Zertorin hier aufgepasst? Habe ich noch so ein Ding? Ja, ich habe noch so ein Ding. Nice. Allgemein, bitte. Bitte einmal dort. Alter, das ist ein Sammelding. Wisst ihr, was ihr da machen sollt? Ihr sollt euch da sammeln. Meine Güte. Jetzt Angriff. Jetzt helfen wir mal ein bisschen hier. Wir haben noch Menschen zu töten. Also reiß euch mal ein bisschen zusammen. Verdammt, da waren auch immer zwei Leute. Ich habe eine gute KD, wenn man das so sagen hat. Ich muss mal ganz kurz... Was? Das ist die Karte? Was mache ich hier? Ah, hier ist das. Ich habe 14 Kills. Das ist die KD. No Targets in der Nähe. Wir losen Charlie. Wir losen Charlie. Hinter jetzt. Hinter. Los. Du bist so doof, ne? Oh, es tötet was. Hm. Der sieht aus, als wäre er hardcore. Oh, ich messe die jetzt einfach jetzt mal alle. Hm, hm, hm. Also, ich habe es schon eingenommen. Nice. Hier gehen wir mal weiter. Sammelt euch mal irgendwo an. Oh mein Gott. Oh. Also, ich muss ganz ehrlich sagen. Alter. Ach, er steht da einfach im Mercedes alle. Na gut, wir können auch... Alter, wir können... Stimmt, da war ja... Da gab es doch nur sehr wenig Munition. Stimmt ja, da war ja was. Oh mein Gott. Verdammt. Den wollte ich auch messen. Den wollte ich auch messen. Ach, guck mal. Ach, da oben sehe ich jetzt gerade. Da läuft ein Counter nach. Dann ist die Runde zu Ende. Ach so. Okay, cool. Jetzt sammelt euch da. Kommt schon mal eine Zermes. Oh. Angriff. Helft euer Meister. Helft euer Meister. Okay, da sind wir noch ein. Oh mein Gott. Oh. Verdammte Scheiße. Ich muss mich ganz kurz irgendwo verstecken. Irgendwo ein bisschen racken. Irgendwo. Oh. Ich wusste es. Oh mein Gott, aber... Also, die FPS, ne? Ich meine, meine Fräse. Ich will ja nix sagen. Also, geil sind die FPS jetzt nicht gerade. Oh, oh, oh. Alter. Junge. Alter, die haben Kartoffel-Aim. Das ist ja der Wahnsinn. Ich mach den mal weg. Der sieht mir fett aus. Erstmal nachher an. Guck mal, jetzt, wenn die gar keine sind, so großartig, keine Zombie-Zahlen, dann ist die FPS relativ gut, aber... Würde dann wirklich da so... Wenn das so richtig losgeht, in der Mitte da. Da hast du dann irgendwie nur noch 5 FPS oder sowas. Alter, dieser Hunter 18, ne? Ich muss mal kurz nachgucken, wie es bei ihm aussieht. Hunter 18, der hat bestimmt auch eine Menge. 13, yo. Ach, da hinten sind sie. Geht doch mal weg hier. 10 Zombie-Kills? Nein, 10 sind die, okay. Oh. Okay. Kugeldusche. Ich fand ja gerade echt Kugeldusche. Ich hab das gerade zum ersten Mal ein bisschen gelesen. Aber ich find's auch sehr gut, dass die Namen nicht angezeigt werden. Also das Spiel hat wirklich sehr geile Ambitionen. Also es gefällt mir wirklich sehr, aber... Die FPS ist ein bisschen enthäuschend, aber ansonsten... Gut, wenn die daran schrauben, bin ich zufrieden. Dann ist es ein Game, was ich suchen würde. Wie gesagt, die FPS... Die Grafik kann von mir aus ehrlich gesagt so bleiben, also... Ich seh da jetzt kein guter Grafik noch höher zu schrauben, unbedingt. Also letztendlich kommt's immer aufs Spielgefühl an, ne? Also sind wir mal ehrlich. Wo ist das gerade an? Töte was für mich. Achso, das ist der da oben, ich wollte gerade sagen. Alter! Wow, schau das noch mal an. Ich will... Aua, 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 aua! Ich will nicht wissen, wie viele FPS das sind, man. Holy shit. Wenn da wirklich so die Action abgeht, dann sind das... Nicht viele FPS. Hinten da mit euch. Nein, 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 nein. Jetzt Angriff. Oh, der hatte gar keine Chance. Diese Zombie-Ami hat halt einfach null Chancen gehabt. Einfach wo, Zombie-Ami? Schicken wir noch eine los. Das gefällt mir gerade. Schreiben wir uns mal von der Seite an. Ja, aber so viel Zombies rechnet wohl keiner, wenn du das in eine halbe Armee hinschickst. Das? Oh mein Gott. Oh Gott. FPS-Gewitter. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Ich muss Zombies töten, damit die FPS höher wären. Oh. Ich töte hier nur wegen den FPS. Okay, Leute? Nicht, dass ihr das irgendwie falsch versteht. Der einzige Grund, warum ich töte, damit ich ein FPS bekomme. Oh. Nice. Ich dachte, es kommt noch irgendeine Auswertung, aber nee. Vorbestellt. Du könntest es jetzt vorbestellen. Warte mal. Mehr Spiele-Ausgabe? Vollwertiges Spiel? Es gibt zwei verschiedene Sachen. Beim vollwertigen Spiel gibt es wahrscheinlich noch einen Einzelplayer-Modus. Ich denke, es gibt noch einen Einzelplayer-Modus. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, noch 3 auf Wiedersehen. Tschüss.